und die Malle hinterher dazu wird sich nicht sonst für ein Spieler anstelle den Sprinten der Spieler volles Risiko ich kann auch in der Richtung wo ich das gedacht habe jetzt da hinten von Tauer ich bitte auch nicht flieh dich an bitte 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 oh oh nein ich bin tot oh wie schade ich hatte ein Auto man ich konnte wegfahren und dann tötet er mich nicht aber warum rennst du dann noch weg? warum stellst du dich ihm nicht? weil ich nicht sterben will ich hab den nicht mal gesehen und der hat mich schon auf mich geschossen und mich zumal verfehlt der Lappen naja vielleicht spornst du jetzt in meiner Nähe alter das Feld ist immer richtig geil das hab ich auch grad schon gesehen was für den Helikopter ja ja ne das hat das ist irgendwie so ich weiß nicht kennst du den Film Warzett? ja klar da ist auch so ne Szene ich weiß wo die so hochströmen und die hauen mit dem Heli ab ich weiß echt wo bin ich denn? wo bin ich denn? wo bin ich denn? Aua ah Bäume Bäume ah oh okay alles gut weißt du dass der Falle mich automatisch öffnet? ja klar steh da dritten denkst du dich für blöd oder was? jetzt hab ich ne jetzt bin ich mit der MP5 A1 gespawnt was geht bei dir? warum krieg ich jetzt keine Waffe beim Spawn? wie schon der Magaziner? eins oha gut so viel richtig krass ne dafür hab ich ein Zelt gefunden richtig krass man ein volles mit guten Waffen wie der PKP und so ja ja genau natürlich mit nach der Straße hast du denn? lüg noch ich weiß oh ne MK17 EGLMRCO mal in dem Zelt echt? ja das wird das einfach keine Lüge nein ich hab es wirklich ne MK17 wer heißt die MK17 EGLMRCO was denkst du vorher schon? ich weiß wie die heißt und Bloodbags und wie viele Marathiner? oh gar keins denn dänisch royal army clothing nach jalo das was ja aber alle ich möchte dazu zugreifen zelt oh mein Gott über 1000 Meter und überlekt man später nein ich darf es ich darf das zelt sich mehr zugreifen ich habe vergessen wie sie heißt MK17 Punkt 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 ja ohne Magazin die sieht aber cool aus die sieht aber cool aus ohne Magazin? sieht das trotzdem cool aus es gibt den Leuten nur wieder einen Grund mehr dich zu töten ohne Magazin? das sehen die ja nicht ja und das ist enttäuscht wenn ich nichts hatte ist doch lustig dafür habe ich vier Bloodbags wüssten du was hinten nach rechts oben bei dir? Wildernis aber ich bin ganz in der Nähe von der Stadt ich laufe da gleich mal rein bin ich ganz erstes habe ich nur nie ein Dayset gesehen wo ich jetzt bin das ist ja auch ein Wildernis ja ich habe jetzt noch zu können ist da bei dir in der Nähe eine Tankstelle? kann sein wenn einer auf der Straße mit dem Fahrrad lang fahren sie ist dann Sturmhauer auf und das bin ich das sind ja tolle Aussichten na klar auf dem Rücken so passt das sogar hörst du das? ö das war das unprofessionellste Zombie töten das ich jemals gemacht habe ich habe bestimmt 10 Schuss oder so gebraucht für einen Zombie ne 7 von insgesamt 30 VZ 61 Meg brauche ich nicht habe ich nicht brauche ich nicht ah es sind innerhalb von 1000m 0 Spieler ich bin in immer noch Wildernis wann aktualisiert sich das? oh das ist nämlich eine Bauruine Baustellen durch große looten also ich bin der Kap Goloba bei mir steht da nichts drin wo ich bin wo ich jetzt mitte in der Stadt bin erst mal in die Feuerwache gehen weil das alles offen das ist ne selbstgemappte Stadt hm da ist ne selbstgemappte Stadt unter umständen diese klein und liegt so am Wasser weißt welche ich mein? ja ich weiß wo ich bin so ziemlich tot ich lebe ich lebe mit 3092 Blut hat schon wieder einer auf dich geschossen Nein oder vorstelle ich bin eine Feuerwache und es kommen einfach geschätzte weiß nicht so 20 bis 30 Zombies in echt was irgendwie so um die fünf aber ich hab doch Blatt weg gefunden selbst Blatt weg hier ein kommen aber ein Kader ist überhaupt Bluten ich hab grad so krass ne ist da vorne im Haus was das war es jetzt von der BKD Gnadenschuss gegeben den Gnadenschuss den Gnadenschuss den Gnadenschlag ich lebe ich lebe ich stürte dich ich hab doch ne Axt ne Axt Mag Fireplace hallo 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 willst du dich gut anlegen ne kriegst mich nicht hier gar nicht rein ne der dumme der dumme der dumme der dumme der dumme der dumme nein oh wie knapp ich hab auszusehen ich bin jetzt auf dem Balkon rausgerannt ne und drückst aus aus dem V das war es Nervenkitzel das war es Nervenkitzel das war es Nervenkitzel das ist ein Nervenkitzel es Kitzels Nerven kann ich da was andere raus rüber versuch es das zu weit, das zu weit nein ich bin tot ein Versuch was wert hätte sowieso nichts gebracht jetzt noch mit dem mit der Leben mit dem Leben weiter zu zocken so das Seving Data wievielten Mal heute bei dir? das musst du sagen ne erinnere dich mal an Zelle vorhin wie oft bist du gestorben in 10 Minuten? 2, 3 mal? einmal dann eben in 15 Minuten 2 mal ne M1911 old läuft bei mir läuft bei dir gibt's auch ne, auch ne new oder? ich bin ich bin ich denn Aua das kenn ich Aua Aua nein oder? hau ab Zombie hau ab Zombie und ja man kann bluten ich tu es nämlich gerade alter ich bin zu krass weit aus dem Wasser draußen ne nein ich hab keine Bandagen das überlebe ich nie bis dahinten was heißt du überhaupt heute bei? oh heute hab ich wieder die CZ-550 das überlebe ich nie ja frag mich mal ich blute hier gerade brutal und ich hab keine Bandagen kann ich spawn drücken? ne das Boot ich bin in 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 Das ist Niveau, he lives under the ground. Ja, ich habe eine Bandage gefunden, ich habe noch 4000 Blut. Manageiere dich schon, nur Wecker. Capp Niveau, wir sinken. Ich bin ja jetzt schon wieder. Solnit ni. Solnit ni. Solnit ni. Soll nicht schniet Kugel ist der Elektro Zombie Houston, hier ist Niveau Wir sinken Hä? Muss ich das verstehen? Ich spreche die Edge-Math-Niveau Wir sinken I think I'm swimming very lang Warum schuhe ich hier so langsam? Ah, ich bin blöder Charakter, ich bin in Zeitlupe Okay, mal kurz das Land Soll nicht schi Ich bin hier zum Wohnen, hier ins Land, sagen wir, weil ich hier so 300 Meter Das ist ein Krankenhaus Mit Krankenhäuser Das ist ein Krankenhaus Mit Krankenhäuser, genau Ich brauch zwei Sekunden für einen Meter Oder? Kommt schon Eine halbe bis zwei Sekunden für einen Meter Ja, danke I'm not gonna overlift it I'm not gonna overlift it I'm not gonna overlift it Oh Gott Schwimm schneller, Mann! Schwimm schneller, Mann! Soll mich für ein bisschen Sapp把它 Vielen Dank.